froschiges hau da draußen willkommen zu einer neuen folge sky pvp heute mal wieder auf blogsmc.com und ja einfach mal wieder ein entspanntes gründchen sky pvp ich hoffe ihr habt schon eine frage gestellt falls ihr das noch nicht getan habt guckt mein vorletztes video an das vom donnerstag da könnt ihr euch nämlich wieder schön austoben in den kommentaren da könnt ihr schön eure fragen stellen unter dem hashtag ask luke und ja wenn ihr das machen wollt würde mich sehr sehr freuen und schaut euch das video ganz an vielleicht zeige ich mich demnächst man weiß nicht man weiß nicht keine ahnung und ja also würde mich sehr freuen falls ihr noch keine frage gestellt habt macht das gerne und ja einfach das video vom donnerstag klicken ansonsten hoffe ich euch allen geht's gut dass ihr mittlerweile ein schönes wochenende hattet einen schönen freitag und man kennt es wieder da oben diese klassischen camper klassischen bow spammer okay das ist ja normal hier aber wir versuchen jetzt mal hier einen camper zu töten wenn das klappen würde wäre es auf jeden fall optimal also viel hp haben die nicht mehr ich schließe mich den zwei du zehnmal an aber aber anscheinend ach okay er will team ehrenmann gut dann wollen wir mal da oben hier den camper töten genau aber das ist heute nicht das was ich ansprechen möchte nämlich habe ich was cooles zu verkünden ich habe mir was kleines aber feines mal ausgedacht was euch bestimmt auch freut nämlich gibt es jetzt ein kleines neues format in der nächsten woche startend am montag also in zwei tagen nämlich sieben tage sieben verlosungen vielleicht auch auf sieben servern wenn das klappen sollte aber auf jeden fall sieben tage sieben videos und sieben verlosungen ich hoffe ihr habt bock drauf könnt euch jetzt schon mal gerne gedanken machen was alles so auf euch zukommen wird und könnt es auch mal gerne in die kommentare schreiben wird auf jeden fall was cooles sein dass wir leider gestorben mann und ja schon mal shoutout an alle die was bereitgestellt haben also wenn ihr noch jemand echt etwas sponsern möchte würde ich mich natürlich sehr sehr freuen einfach in den kommentaren oder auf meinem discord melden jetzt habe ich meinen whatsapp web auf ich idiot aber das ist ja auch egal ne und ja im voraus könnt ihr natürlich gerne schon mal den kanal abonnieren was auf jeden fall bei jeder verlosung eine voraussetzung sein wird also könnt ihr jetzt schon mal den kanal abonnieren würde mich natürlich sehr sehr freuen und dann gerne auch die glocke aktivieren damit ihr kein gewinnspiel verpasst kein video verpasst und die aktiven die werden auch auf jeden fall belohnt die in den sieben tagen immer regelmäßig am start sind ja ansonsten war es alles was ich sagen wollte ihr könnt auch gerne mal in die kommentare schreiben was euch für spielmodi wünscht und genau hackt der typ keine ahnung aber irgendwie mit levy mod kann man mittlerweile auch hacken leute oder also ich meine es könnte mittlerweile kleinste mit levy mod kompatibel sind oder ich weiß es nicht also keine ahnung mit der hacker szene kenne ich mich ja nicht so aus ne und das ist auch gut so bin ich stolz drauf dass ich noch nie gehackt habe und ich werde es auch niemals machen ach man er ist schon wieder gestorben ist doch nervig mann ach ja aber ohne witz ich wusste jetzt nicht worauf ich aufnehmen sollte das geister kommt auch in den nächsten tagen und deswegen darf ich mir wieder eine runde blocks mc ist ja immer fein ein bisschen die kd hoch pushen wenn es klappt wir sind jetzt bei 1,7 äh 1,57 mittlerweile schon 537 kills und 342 tode aber da ist er 538 kill jetzt glaube ich hoffentlich jetzt aber auf jeden fall und ähm ja nice ey ohne witz leute ich habe ja auch mal gesagt top 10 schwitzen skywars aber re talk in mir habe ich keinen bock drauf und leute nochmal kurz als ansage hier morgen kommt auch noch natürlich ein video am sonntag macht euch gefasst ich äh fordere eine sehr große youtuberin raus und äh ja es wird spannend also ich werde was in der nächsten zeit machen da denkt ihr euch auch noch so junge hat der zeit ohne ende und junge ist der wahrscheinlich hobbylos luke kill aura mit youtuber ok well der server hat noch einfach gerade gar nicht geleckt oder ich wahrscheinlich oder der typ aber ist ja auch ja 15 abhängig ne gedacht na hin und ich spring runter ah ok ok so er wird youtuber rank na klar hängig ne gut dann versuchen wir jetzt nochmal 1,2 tries hier was ordentliches zu reißen ohne dass wir direkt sterben aber ähm ist auf jeden fall sehr sehr schwer wenn der typ da eine range des todes hat ist das glaube ich nicht so einfach mal länger als 2 oder 3 minuten zu überleben aber wir können einfach hier reingehen von hinten angreifen na schade statt werden uns richtig geboostet oder werden gut geboostet worden aber wollen wir nicht und können auch leute clean aber ist nicht so da wollte einer fight auch gut dass es äh nicht jetzt klappt weil aber ich mein so der ist schon mal down wenigstens und wir ziehen mal hier direkt durch da hinten hin um dann hier mal schön bisschen bow zu spammen ein wenig zu campen aber natürlich müssen wir auch regelmäßig nach hinten schauen oder zur seite nicht dass uns irgendein troll meint zu cleanen aber mein bow aim ist gerade auch wieder nicht am start also lieber marcy falls du das siehst ähm ich möchte deine äußerst kuriose und gute Bogenschusskunst gerne erlernen ja seht ihr gerade wurde schon immer von irgendwo wurde ich gerade wieder abgeschossen gut der typ da mit dem OP Equipment ist down den bow spam einfach nur ein paar mal rein wir haben jetzt ein 1,6 AKD 1,2 Kills ich wäre auf jeden fall sehr sehr froh und ähm ich kann auch noch verkünden dass in der nächsten Zeit ein neues Kanal die sein das Licht der Welt erblicken wird und meinen schönen YouTube Kanal verschönern wird also ein neues Profilbild ein neues neuen Banner und da haben wir uns selber getötet auch gut aber ist ja auch egal dann würde ich sagen was ist mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da würde mich sehr sehr freuen wir sehen uns vielleicht morgen Abend wieder beim nächsten Video wenn ihr da einschalten würdet würde mich natürlich sehr sehr freuen und macht euch bereit bald geht's wieder richtig los und bis dahin haut rein euer Luke und ciao